wieso gemütlich so zu fuß von der busseite gehen nach hause weil er wohnt quasi mehr oder weniger neben mir ein paar häuser daneben und irgendwie kriegt er dann so ein anruf von seiner mom ja deren hund lily sei weg informationsgabe lily ist ein windhund das meinst du und war das jetzt damals als er schon weggelaufen war da waren das war gestern da ist ja das war gestern nach dem fußballtraining es ist so völlig fertig mit den nerven mit den knochen mit einem ja dann geht ein notruf ein und wir müssen die streifenwagen klammern nein und ja dann heißt es auf einmal ich und mein kumpel dürfen den hund suchen ich habe mich freiwillig dazu gemeldet dazu helfen das heißt wir beide kurz nach hause sporttasche abgelegt ja ready gemacht bist du er kurz ein bisschen sportlich wieder angezogen das ist jetzt ein bisschen gezogen und dann mal losgejoggt und nur in der sekunde wo wir irgendwie nur irgendwo in hunde werden hörten die direkt los gesprintet ohne witz wir haben wir sind über einen hall über keine ahnung locker meter hohen stacheldraht sind wir rüber gesprungen wir sind irgendwie über so einen meter stacheldraht rüber gesprungen durch bäume geflogen förmlich über felder über über ganze ozeane sind wir gehüpft man hat das auch hüpfen nicht nicht hüpfen pfützen auf jeden fall ja auf jeden fall da letztendlich alles umsonst weil der hund war irgendwie wieder auf einmal zu hause ist wieder zurück nach hause gelaufen wir fühlten uns ein wenig verarscht man wenn ich gerade scheiße und ja das heißt noch mal duschen das dritte mal an dem tag da habe ich dann noch mal geduscht weil ich mich ein bisschen eingesaut habe mit messen ich hatte ich hatte mir einen strazatella joghurt das ist ein scherz ich habe mir einen strazatella joghurt gegönnt so irgendwie dritte liter oder so ich mache mir mal eben game mode also wenn man geschafft hat dann der game mode und so naja ja klar nicht jod ja jod das ist richtig nee und nachdem mir so ungefähr alle knochen wehtaten und was weiß ich was alles habe ich mal irgendwie so gechillt so ich bin nur in boxershorts rum gerannt weil ich geschwitzt habe wie ein saum wie ein saum dann habe ich dann habe ich halt geduscht dann habe ich halt geduscht und ich bin auch nur in boxershorts gelatscht weil war irgendwie war mir immer noch mega warm aber dann strazatella strazatella joghurt gegönnt und hatte den hat in der hand bin dann gerade so ganz zimmer gelatscht und bin ganz ehrlich ich habe mir irgendwie vor altersschwäche ich habe mir irgendwie so eine mischung aus muskelkater und schwächeanfall ich mir selber ein gehfehler gegeben und den kompletten strazatella joghurt über meinem körper verteilt also ich glaube das einzige was es nicht erwischt hat waren meine haare ab Homeroid auch das einzige was das nicht erwischt hat war meine fang du hast an boah letzter sprung man oh god du mir wenn ich gerade bisschen übersteuert habe ja ich oder was nee ich auch ja ich oder was auf jeden Fall habe ich den strazatella joghurt über meinen kompletten körper verteilt Ah, aber geil, du wolltest so ein, äh, anstatt ein Red-T-Shirt-Contest, so ein Joghurt-T-Shirt-Contest, oh, oh. Oh! Oh, was ist das denn hier? Oh, was ist das denn? Ich weiß gar nicht, wenn du das runtergefallen wärst. Warte, 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 warte. Gernot 2, so. Ja, ein Stolt. Hallo, hallo! Manus Mom, hallo! Okay. Ah, ich finde die Geräusche sogar. Ich auch. Aber ich fand die alten besser mit so Routini. Ja, ich auch. Man geht irgendwie immer automatisch erst auf diesen weißen, wo das eigentlich überhaupt nichts bringt. Sag mal, hab ich irgendwie... Ich hab 60 Frames... Ich hab 60 Frames... Nein, der kam von da ganz tief unten. Ich hab 60 Frames, aber trotzdem fühlt es sich an, als würde es ruckeln. Ja, komischerweise bei mir auch. Ey, warum geht... Ich bin so blöd, wa? Ey, ich hab so viel Spinnung. Juhu! 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 Hey, Magdalena! Okay. Hey! Nein! Oh. Was hast du gemacht? Der Talfun ist halt die Fackel abgebaut. Die Fackel abgebaut. Du brauchst irgendwie gerne Fackeln ab, ne? Hab ich wohl noch die ganze Zeit. Alter, ganz ehrlich, ich schaff diesen Sprung nicht. Ganz ehrlich, ich muss mal kurz den Happen nehmen, ey. Ich brauch Energie hier. Ich hab grad meinen. So, jetzt aber. Pass auf, jetzt wird das was. Oh ja, ich bin so geil. Und noch einer. Und noch einer. Hab gerade meinen Hals vor und geschrien. Hä? Mach mal, Abka. Ey, du bist... Nein! Nein! Du dreckige Kackpratze! Das finde ich so. Mal, stopp nicht noch auf dem zweiten hier. Jetzt oder? Ich geb dir noch Tipps und du schlägst mich runter. Ach, ticken! Ah, scheiße. Nur, dass ich so den zweiten nicht hinkriege. Ach Gott. Noi, Alter, mein... Meine Nase juckt grad wie ein Rentier, Alter. Meine Nase juckt grad wie ein Rentier. Ja, ich musste grad an Rudolf... Rudolf! 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 Wie geil der Schild! Rudolf! Ey! Es war aus Versehen. Oh, es war Sommer. Wenn jetzt Sommer wär! Wenn jetzt Sommer wär! Wenn jetzt Sommer wär! Jetzt kommt... Du darfst zuerst. Du darfst vor. Du darfst vor. Okay. Du darfst vor. Oh, ich hab dich echt noch geschlagen, ey. Ich bin eigentlich so blöd, ey. Aber jetzt... Jetzt will er nur... Genau! Genau deswegen! Das war eigentlich echt eine blöde Idee von mir. Na, Versager? Na? Versager. Nein! Na, Versager! Jedes war! Na, Versager! Eben hab ich dann noch... Eben warte ich... Ach, was willst du denn? Du warst noch nie auf dem Block da oben. Ja, 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 ja. Das glaubst du. Gedanklich war ich schon weiter, du. Oh, da ist er wieder. Mach mal. Mach mal einen Abgang. Ach, fuck. Mach ich schon selber. Scheiße. Boah! Boah! Oh, nein! Du hast gerade an den Arsch gekrapscht. Ja, wirklich. Und das fühlte sich gut an. Das ist schön. Ja. Ganz einfach. Das schreibe ich mir auf meinen Arsch. Ja. Fühlt... Anführungszeichen fühlt sich schön an. In Klammern Manuel. Mach mal Abgang. Aber... Ey, ich hab das schon... Ich bin das schon vom ersten Blick. Bleib da... Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Nein! Läu! Was? What the fuck war das jetzt gerade? Boah, Jesus Christ. Ain't nobody got time for that. Oh, man. Ah, schon wieder durchgesprungen. Boah, Jesus, it's so far. And I ran out and grabbed my shoes. And run it for my life. And I'm only got time for that. Oh, ich krieg schon wieder nicht hin. Mama Mia! Sag mal, ich bin auch gerade irgendwie so eine leichte Kackstelze. Deine Mutti. Ich bin gerade echt so eine leichte Kackstelze. Oh ja, das bist du. Oh, wat? No problem, sagst du es halt? Letzter Nipp... Das hab ich jetzt nicht gesagt. Letzter Sprung, Alter. Ja, Nippe, wollte ich sagen. Natürlich. Mehr dann nicht. Naja, ich wollte eigentlich... ...wat anderes sagen. Hat was mit zu tun mit dem Land-Nutella-Creme. Nee, es gibt ein Land, das heißt Niger. Ja, Niger. Gibt es halt nicht. Na eben. So wat ähnliches, weil... Fuck! So wat ähnliches, wollte ich jetzt sagen. Ah! Fuck. Was war so klar, du scheitenden Himmel? Keine Mann, Otze! Fuck, ich bin weiter. Boah, zieh dir mal echt so eine Brille auf, dann siehst du auch aus wie Kasperle. Kasperle, Mami. Ich bin so doof. Boah, ein gewisser General von Richter. Boah. Judas! Nein. Warum hast du mich verraten? Ich bin Manuel. Johoho. Wahrscheinlich. Nein, du bist nicht Manuel. Okay. Wie, du bist euch runtergefallen? Weiß nicht gut, aber... Bring runter, du Kackbrasser, runter da! Geht doch. Mann, alles tut weh. Wat is? Hörst du mich gleich in den Arm oder was? Ich ess gerade. Hör auf, du Kacknase. Boah, ich krieg das nicht gebacken hier. Ich krieg das nicht gebacken. Du Scheißblock, Mann! Boah, sind wir gerade Versager, Alter. Was ist da los, Leute? Loser! Wenn ich Manu schon mal entkomme? Ja! Oh, wieder der letzte Sprung, Alter. Oh, tschau da. Alter, wenn ich in Safe-Reichweite bin, sollte ich mich mal konzentrieren und nicht mehr vor dir weglaufen. Boah, das ist doch nicht machbar. Boah, und jetzt beginnt die Safe-Reichweite. Fah! Was willst du eigentlich, du pädophiler Sack-Sichts-Arsch-Kamel? Sag, sagte der, der drei Jahre alt ist jetzt nicht. Ne, zwei. Bei drei. Ja, und dann kann ich alleine Auto fahren. Und dann fahren wir zusammen in den Puff. Und dann darfst du da nicht rein, aber ich darf dann rennen, dann musst du da im Auto warten. Boah, geil. Lass mir Pizza bestellen. Boah, geil. Ja, ich lass mir was noch draußen bestellen. Einmal bitte Auto fahren, bitte. Danke. Also, ich muss mich fahren. Boah, sag mal, ruckelt das irgendwie gerade so voll? Kann sein, du. Weißt, es ist noch 58 Chat-Dates, weil irgendwelche Schusszeiten Langeweile haben uns die ganze Zeit entschrauben. Du bist so ein Versager, ganz ehrlich. Du bist halt auch schon dreimal abgekackt, ey. Versager. Ja, wenigstens zweimal mehr als du. Ja, das ist wirklich nicht gerade gut. Ja, weil man das nicht schafft, wenn man da nur da so rauf springt. Das muss man doch in so einem Doppel... Ne, muss man nicht. Doch, das geht aber einfacher. Ja, komm, warte ich jetzt. Hier ist der Beweis. Du kleine, miese Kackbrotze, ey. Tatsache. Ich hab dir nur... Ich hab dir nur einen Tipp vorhin gegeben. Oh, nein! Aber ich krieg's gerade irgendwie in zwei Etappen Fieber sein. Ich hab' drüber gelaufen. Tatsache, jetzt rierer wieder besser hin und mit einmal stoppen bleiben. Boah, Jesus. Boah, das kann doch nicht angehen, war mein Düde, ey. Boah, wie früh ich bin, ich seit immer ab von diesem Scheiß. So siehst du aus, ey. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. And I grab my shoes and I run for Jesus, I grab my shoes. And run for my life. Ach, siehstens ein, du schaffst es eh nicht. Glaubst du? Ja, ich hab gehofft. Boah, jetzt hat er so viele goldene... Scheiße. Da gekriegt. Durch, Alter. Anybody got time for the head. Anybody got time for the head. Anybody got time, anybody got time, anybody got time for the head. Anybody got time for the head. Ah, jetzt hab ich ja Zeit. Anybody got time for the head. Wenn's nicht so ruckern würde! Deine Mumu ruckelt, Alter. Knack, ey. Voll die Finger. Jesus! Das war jetzt nicht grad dein Ernst. Oh, Mann. So, du kleiner Feuillenhof. Du kleiner, geiler Feuillenhof. Das war daneben. Nope. Nope. So. Oh, 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 und dann seht du ja hier ganz selbitt. War eine Scheiße. Ja komm, das sieht geil aus, das sieht geil aus. Ja, sehr schön, jetzt da. Oh, 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 oh. Da ist er leider unten. Da ist er leider unten. Oh, 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 oh. So, hey, komm mal zur Tür auf. Hey, 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 du kleiner Schlafina, du. hallo ich will auf dich drauf lass dich doch mal besteinigen wie so eine ranzige kuh das nächste level wird mega kacke nicht spoilern du hunde du hundre die mischung aus hure hund und so